Grüß dich und hallo, servus oder so. Boah, das wird ein neues Intro. Geil, Pascal, geil. Grüß dich und hallo, servus oder so. Läuft bei mir. Aber Supercell, es gibt diverse Gerüchte und es soll anscheinend ein neues Update geben und keine Ahnung, was das heißt. Post, zeige ich euch jetzt mal und ich gehe mal rein. So sieht das aus. Ich habe das vom guten German-Royale-Clash-Royale-Germany oder wie der heißt. Ja, so irgendwas muss der doch heißen. Habe ich das. Link unten in der Beschreibung. Er hat alles erklärt. Ich habe jetzt keinen Bock, es zu erklären, aber ihr seht es ja. Es wird ein Balance-Update-Balance. Balance-Update-Balance. Und ihr seht es, viel wird reduziert, viel wird erhöht, aber ein richtig gescheites Update ist es nicht. Außer, dass man vielleicht zwei Drohnen auf einmal öffnen kann. Das kann sein. Aber, ja, ich kann das nicht übersetzen, will das nicht übersetzen. Deshalb, wenn ihr das jetzt könnt, die Sprache, schreibt es mir mal rein. Ansonsten bin ich raus. Es soll nur ein neues Update geben, wollte ich euch kurz mal sagen. Aber ansonsten schaut das Video von German-Royale an und er wird euch alles erklären. Haut rein. Auf Wiedersehen.